Joho, Pokémon-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X. Oh, das ist ja ein Geschenk für uns. Oh, ich wollte das Geschenk anblicken. Es ist ein Punk-Zylinderkissen. Cool. Hm, aha, wieder diese coole Musik. Kabadur, 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 Kabadur. Kabadur, 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 Kabadur. Ja, ich meinte, ich wollte einfach nur noch mal darauf hin... Hallo. Cafés sind schon merkwürdige Orte, wenn du mich fragst. Die Menschen, die in Cafés sitzen, betrachten diejenigen, die daran vorbeigehen. Und die Menschen, die in dem Café vorbeigehen, betrachten diejenigen, die gemütlich darin sitzen. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Ich glaube, ich bin hier falsch. Nein, doch nicht. Route 14, der Romantia-Weg ist richtig. Honey! Was? Du bist aber schnell. Ja, ich habe mich nicht verlaufen, der Stadt. Hallo, Honey. Wir haben gerade verglichen, wie weit wir den Pokédex schon ausgefüllt haben. Natürlich habe ich gewonnen. Das Ervollständigen des Pokédex überlasse ich euch, Trubato. Ist doch sonst voll langweilig, wenn alle dasselbe tun. Honey, wollen wir wieder vergleichen, wie viele Pokémon schon wir entdeckt haben? Lass uns diesmal einen Blick auf den Kalos Gebirgs Pokédex werfen. Auch eine Art von Pokémon-Kampf, was? Ha, das sage ich jedes Mal vom Neuen. Immer wieder gerne. Also, Honey, du bist bisher 13 Pokémon begegnet. Dagegen komme ich nicht an. Ich habe verloren. Mensch, das ärgert mich jetzt, aber... Ah, du bist auch schon einem Kaulamat begegnet, Honey. Die gleichen Pokémon zu kennen macht total froh, findest du nicht auch? Was hast du gesagt? Oh, oh ja, ja, ich bin auch deiner Meinung. Es gibt wirklich eine ganze Menge Pokémon hier in der Kalos-Region, was? Jetzt bin ich aber an der Reihe. Honey, ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf heraus. I challenge you, Pikachu. What? What? Darauf war ich nicht vorbereiten. Hallo, Kalem. Psiogon? Oh ja, was habe ich einem als... Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es ist immer noch mein Iguana. Ja, Solari, du bist dran. You can do it. Ich wollte doch den OP-Teiler noch ausschalten und alles. Ich hatte jetzt nicht damit... Ich war nicht so... Darauf... Volt wechseln! Ach, nee! Aua! Blüder Drecksvieh. Mach doch nicht nochmal hier. Volt wechseln! Yeah! Tschüss, Sikowski! Okay, wir nehmen ihn mal jetzt an der Maramie. Ähm... Ähm... Oh Gott, wir sind überlevelt. Ähm... Wir sind sowas... Wir sind... Nidorina ist mal wieder dran. Los, Nidorina! You can do it, Darling! Moment, das ist dein Psycho-Pokémon und ich habe ein Gift-Pokémon eingesetzt. Ha! Das war dämlich, aber wir kriegen das auch so hin, glaube ich. Guck mal, Dunkelklaue, das ist deine Geist-Attacke. Hatschpatt! Oh, das war close. So ist es schlimmer? Äh, äh, äh! Ich stelle euch mal vor, ein Pokémon, das die Säuse... Ich stelle... Höh! Das war ich nicht. Das war komisch. Warum ist das auf einmal laut geworden? Stellt euch mal vor, ein Pokémon, das die Säuse-Stimme einsetzt nach... Äh, äh, äh! Ich hole Hut. So, das war es jetzt mit dem Teil. Ich vermute, mein, ähm, Sound-Interface backt auch mit diesem Nintendo 3DS herum. Aber... Oh, für Nexus, ja. Es scheint sich im Rahmen des Akzeptablen zu verhalten. Ist nur einmal kurz gerade geglitscht. Ohne dass ich jetzt genau sagen kann, warum. Wir werden damit klarkommen. Wir werden damit lernen, zu leben. Hi, für Nexus. Uh, ich war ganz schön hoch vom Level... Äh, ganz schön. Because I can and unfabulous die. Oh, yeah. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Ist gut gemacht. No. Ei, ei, ei. Oh. Das waren viele Erfahrungspunkte. Und ich bin mir auch den OP-Teiler an. Verdammt. Nein, nein. Das wollte ich nicht. Overleveled. Absol. Ja, dann... Ich sage, ist Iggy mal dran. Oh, je lehnt. Das war wirklich wunderschön. Aber jetzt geht's an Iggy. Wir walzen, äh, Absol einfach mit unseren Stacheln platt. Hm. Wie wäre es mit Samenbomben? Ja. Dumm, 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 dumm. Das war knapp. Wir sind sogar schneller als Absol. Das ist interessant. Hätte ich nicht gedacht. Oh, Lichtschild hat nachgelassen. Das tut mir aber leid. Naturkraft! Und was wird es diesmal? Energiebald. Na ja, gut, wir sind ja auch in einer Grasumgebung. Sehr gut. Oh, das hast du fein gemacht. Tja, Callum, tut mir leid. Mit dir zu kämpfen macht wirklich Spaß. Aber ständig zu verlieren kratzt du an meiner Ehre. Oh, ja. Kein Problem. Ich gewinne gerne. La, 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 la. Oh, Sana. Wow, toller Kampf. Ihr zwei wolltet es aber echt wissen. Danke, Sana. Mir ist mitten im Kampf aufgefallen, dass du auf einmal zusiehst. Das hat mich total abgelenkt. Deswegen habe ich verloren. Ja, natürlich. Wo ist eigentlich Tiano? Der ist beim Kampf, Dojo. Echt? Beim Kampf, Dojo? Tut mir leid, Leute. Hallo. Ich war so in meine Kampftanz-Performance vertieft, dass ich total die Zeit vergessen habe. Und Tiano, hast du geikelte Pokémon für dein Tanz-Team gefunden? Ja, das habe ich. Das Tanz-Team meiner Träume nimmt mehr und mehr Form an. Super, das freut mich für dich. Ach ja, hat mal alle her. Ich möchte unbedingt zu diesem gruseligen Haus gehen. Das in der Nähe von Romantia City. Du meinst wegen dieser Gerüchte? Genau. Kommt schon. Geh mir los und seh nach, was an den Gerüchten dran ist. Also ich muss passen. Mehr als Gerüchte sind das sowieso nicht, oder? Ich wollte mir eh noch Zeit für meine Pokémon nehmen, bevor ich Romantia City ansteuere. Tschüss. Oh, hey, bis dann. So. Und dieses Haus soll wirklich so gruselig sein, ja? Also ich seh mir das auf jeden Fall an, Tiano. An den meisten Gerüchten ist schließlich auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Auf Wiedersehen. Warte auf mich. Ach ja. Was unternimmst du eigentlich? Nee, Moment. Ich wollte was anderes sagen. Warum unternimmst du eigentlich diese Reise, Honey? Was ist deine Motivation? Alle hängen sich richtig rein und haben eine Menge Spaß auf ihrer Reise. Bei mir dreht sich aber alles um Erinnerungen. Ich reise, damit ich später einmal auf viele tolle Erlebnisse zurückblicken kann. Ich reise, weil ich Geld brauche. Na ja, aber das nur am Rande. Tschüss. Alles for the money, bitches, right? Oh nein, es regnet. Yikes. Ich brauche bessere Klamotten und dafür brauche ich Pokédollars. Und wo kriegt man Pokédollars her? Richtig durch Pokémon-Kämpfe. Oh, schön. Ah. So. Was ist das denn hier? Ach, ein Spielplatz. Okay. Hui. Schön. Oh, der gruselige Zombie-Friedhof-Spielplatz. Auf nach Route 14. Oh, ein Sumpf. Das ist bestimmt wieder viele sumpfige Pokémon zu beobachten. Und Items halt. Uh. Ein Mini-Pilz. Toll. Ich habe mir einen Pilz im Sumpf geholt. Da freue ich mich total drüber. Boah. Boah, ist das eklisch. Ach nee. Ich habe immer noch den OP-Teil an. Oh, es ist ein Viscora. Oh, ich mag Schnecken-Pokémon. Aber die Entwicklung von Viscora ist voll schleimig. Deswegen war ich da jetzt nicht so der Fan von. Los, Surfer-Solari. Ah, sieh sieh. That was close. Dresch-Fliegel? Au. Ich muss mich gleich verprügeln. Ähm. Komm, nehmen wir einen Premierball. Vielleicht bleibt der drin. Los geht's. Hui. Wop, wop, wop. Abi, abi, abi. Bibi, 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 bibi. Fang. Äh, ich meinte natürlich. Mist. Au. That had a hurt. Superball. Los, du bist dran. Fang es ein, die Schnecke. Komm schon, Mojo Power. Ja. It's okay, Mojo Power, man. Au. That had a hurt. Ja, ist ja gut. Los, Iggy. Ein armes, kleines Solari-Baby. Noch ein bisschen durch. Ach, der Dresch-Fliegel. Der wird ja hier überhaupt nichts nutzen, siehst du? Aha. Beutel. Bälle. Bälle. Pokéball. Maybe. Vielleicht, glaub's ja. Abi, 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 abi. Komm schon, bleib im Ball. Komm, du gehörst unserer glücklichen Pokémon-Familie. Ja, ich will dich nicht mehr in meiner Familie haben. Aha, ganz glücklichen Ball, los. One thousand hours later. Nope. Es will einfach nicht. Oh, warum der Regentanz wohl fehlschlägt. Vielleicht, weil er schon regnet. Blöd ist das Pokémon also auch noch. Ich will das jetzt aber fangen. Bleib in dem blöden Überball. Ja. Ja. Ich werde dich in die letzte Box stecken zur Strafe. Ganz alleine. Dein ganzes Leben lang. Viskora, das Schnecke-Dive-Pokémon-Typ Drache. Dieses Schwächste aller Drachen-Pokémon lebt an feuchten und schattigen Plätzen, um seinen glitschigen Körper vor dem Austrocknen zu bewahren. Möchtest du dem Viskora einen Spitznamen geben? Ja. Doof wurde in die Box 3 geschickt. Ja, natürlich bleibt das Pokémon nicht alleine bis an sein Lebensende in einer Box. Das wäre ja grausam. Das würde ich ja nie tun. Bin ich ja auch nicht besser als Team Rocket Flare. Wie die alle heißen Teams. Sprödel. Hallo. Danke. Sprödelidu. Ausschalten. Katz. Nein, das ist ein Trainer. Ah, sieht mal einer an. Ein Trainer. Ja, das sage ich doch gerade eben. Ja, ich sage das auch. Hast du ein Problem damit? Nein. Ah. Hallo, ich bin Elsa und ich werde dich mit meinem Arbok platt machen. Okay, hallo, mein Name ist Honey und guck mal, Solari ist am Zug. Was ist das denn für ein Pokémon? Das ist ein Iguana. Was ist denn Spitznamen gegeben? Ne, Lips machen sowas. Siehst du, mit dem Bedroher senke ich jetzt endlich mal den Angriff von dir. Ja, du kannst sie mal vergessen mit der Attacke. Ach ja, übrigens, ich muss mich noch hochheilen. Los, Solari. Die Parabol-Ladung. Na, von wegen, Noobs. Das war ein total schlauer Zug von mir. Horta. Seriously, du setzt Horta ein. Ja, dann werde ich mal den Voltwechsel benutzen. Dem macht sogar ganz viel Schaden, muss man ja doch zugeben. Los, Nala, du bist dran. Noch ein bisschen. Ui, hups. So, jetzt kriegst du keine Bären mehr runter, das hast du jetzt auch an. Da, Zera. Iks, es ist gewachsen. Wie wär's denn mal mit Wiederhall? Miau! Die Attacke ist an sich schon ziemlich stark. Und wenn sie dann auch noch stärker wird, je öfter man sie wiederholt. Das wird Metronom als Item. Kann richtig unangenehm für den Gegner werden. Super! Das hast du fein gemacht. Nala, tolle Nala. Boah, die Werte sind gut. Oh, Knirscher. Miau, warum nicht? Knirscher ist eine ziemlich starke Attacke. Stärke ist eine ziemlich blöde Attacke letzten Endes. Weil wir müssen sie behalten. Aber Knirscher wäre jetzt eine Unlichtattacke und senkt eventuell die Verteidigung und macht Schaden von 80. Dann vergessen wir jetzt einfach den Kraftschub, weil es geht nicht anders. Das muss weg. Auch wenn Kraftschub echt stark ist. Pyroleo gegen Pyroleo. Ne, das machen wir doch mal nicht. Ähm, Bojilin, du bist dran. Du hast gut gekämpft, Nala. Ich stolz auf dich. Aber jetzt ist Bojilin an der Reihe. Oh, auch ein weibliches Pyroleo. Ich kann mal ein männliches gewinnen. Na, schweif! Hui, bäh! Nicht übel. Und Pyroleo wurde Bussi. Oh, das hast du schön gemacht. Ei, ei, ei. Uh, so viele Erfahrungspunkte. Augen auf, heiße Devise. Man weiß nie, was man sonst verpasst. Ja, zum Beispiel einen coolen Trainer, so wie mich, der alle wegrockt. Ich bin sowieso der Beste überhaupt. So. Überall schmordbar. Ah, da ist ein Pokéball, den ich habe. Was ist da drin? Oh. Eh. Das war lebensgefährlich. Ein Riesenpilz. Toll. Noch mehr Pilze, die ich im Dumpf finde. Eh. Eh. So. Hm, hm, hm. Oh. Ein wildes Pokémon erscheint. A wild Pokémon appears in the basement. What? Oh, es ist ein Laukaps. Wie süß. Los, Solari. Mach aber nicht so viel Aua am Laukaps. Was mir dann auf der Dampfwalze erreicht werden kann. Gar nichts, weil das nicht sehr effektiv ist. Super. Trugschlag. Das ist eine Attacke, die könnte ich eher gebrauchen. Versuchen wir mal. Mein Surfer ist vielleicht keine so gute Idee. Wisst ihr was? Ich bin jetzt mal no risk, no fun. Ähm. Fluchtball. Vielleicht bleibt es ja sogar. Hui. Komm schon. Bleib im Ball. Bleib im Ball. No, du bleibst nicht im Ball. Das war es mit dem Flottbällen. Skurielschlag. Ich überlege gerade, was Laukaps für ein Pokémon-Typ war. Hm. Gucken wir doch mal nach. Laukaps. Laukaps ist ein Käfer-Pokémon. Ach, gucken wir noch was passiert, wenn wir Server drüber kippen. Kann ja nicht so schlimm sein. Oh doch. Oh, das war ich für ein Level ab. Krass. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich Iguana entwickeln wollte. Ich weiß es echt nicht mehr. Wir sind jetzt schon Stufe 43. Dampf als Parabolladung-Surfer-Volt-Wechsel. Ich glaube, ich wollte auf jeden Fall den Volt-Wechsel. Wobei, es lernt ja auch noch Elektrifizierung. Das macht halt Gegner zu Elektro-Pokémon. Was halt interessant ist, wenn man Bodenattacken beherrscht. Und man kann Iguana... Aber außer Dampfwalze, was für Bodenattacken kann, ist dann Schaufler vielleicht. Kann man ihm auch beibringen. Ich glaube, wir könnten das entwickeln. Ich weiß nicht, haben wir einen Sonnenstein. Ich fände es eigentlich ganz cool, Iguana zu entwickeln. Das ist ein hübsches, schönes Pokémon. Aber ein Elisad ist auch verdammt schön. Jetzt, wo wir es gesehen haben... Hm, warum nicht? Aber dafür brauche ich einen Sonnenstein. Ich weiß nicht, ob ich einen habe. Und erst mal sortieren. Da ist ein Sonnenstein. Ja, zwei Stück habe ich sogar. Ja dann, Solari, los geht's. Oh, Solari entwickelt sich. Leuchte, meine kleine Donner-Eidechse. Erstrahle. In neuer Macht. In neuer Power. Cooler Sound. Oh, wir haben einen neuen Freund im Team. Geil. Sehr schön. Dazu können wir nochmal belegen, wie war das mit Dorina? Ähm. Da gab es auch noch irgendeine Attacke, die ich herbeibringen wollte. Wir spielen jetzt mit Elisad. Elisad. Solari. Hallo, Solari. Hi, Darling. Oh, lass dich streicheln. Was für einen Umsinn haben. Hab. 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 Ja, das ist knuffig. Hab. Na, guck. Hab. 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 Gacko, 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 gacko. Oh, cutie. Versuchen, mich gerade zu erinnern, was an die Dorina noch beibringen wollten. Gericht. Giftspitzen, Giftschock, Giftshieb. Ziemlich starker Tacken. Ähm. Giftschock. Äh, ja gut, wir haben nicht so einen gewohlen Spezialangriff. Bei uns ist er der Direktangriff, der stark ist. Ich weiß nicht. Giftschock. Giftheap eventuell vergiftet. Giftschock. Eigentlich finde ich das ganz gut so. Es gibt doch neben Giftschieb gibt es nur noch Giftspitzen. Ähm. Äh, ich meine nicht Giftspitzen, sondern Giftshahn. Es gibt doch noch Giftshahn. Äh. Das ist aber, glaube ich, nicht zu stark. Aber es, die Chance ist sehr hoch zu vergiften. Wir warten einfach noch ein bisschen ab und gucken. No. Ich glaube, Knirscher erlernt Nidorina auch noch. Das hatten wir gesagt. Nun denn, wir geben uns erstmal weiter durch den Sumpf. Aber das in der nächsten Folge von Pokemonix. Bis dahin. Bye. Bye.